Ich habe auch gut gelootet, ne? Es reicht. So auf die richtige Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ich würde das ganze ständige Kamera drehen. Ne, ist aber richtig. Da sind wir nämlich drinnen gewesen. Das will den Loot wegbringen, ne? Achso, ich wünsche dir auch eine gute Nachtschlaf. Danke fürs mitreinraiden und erholt dich gut. Komm auch gut, ne? In den Tag und dass sie nicht ärgern. Wo ist mein Auto? Da. Boah, was ein Wendekreis, ne? Den müssen wir eigentlich mal aussuchen, in welche Butze ich mich jetzt einfach mal reinsetze, ne? So ein trautes Eigenheim ist ganz wichtig. Für das Wohlbefinden. Hey, nicht mal ein Auto kaputt machen. Da kriege ich leider keine Erfahrungspunkte, ne? Also hier sieht man auch, ne? Auch wenn wir hier unsere Base haben. Die spawnen neu. Alle erwischt. Außer der Runner. Da. Da. Okay. First try natürlich, ne? Ähm, warum nicht? Okay. Oh, Juna, wenn du mal wieder Zeit hast, ne? Sagst du mal Bescheid. Scheiße, hab ich die Tange schon leer gemacht? Ähm, ja. Ich verballer hier die ganze Zeit meinen Sprit während der Fahrt, ne? Wir haben nichts Neues. 69. Hm, hm, ne. Wenn haben wir noch ne Waffe hier? Ja, Schädel. Wir kriegen hier Sprit her. Hier war ja nur die Werkstatt, ne? Wie blockt. Hä? Schade. Ja, also die Großstadt ist ja schon geil. Aber, äh, wenn da so große Viecher rumrennen, ne? Das ist natürlich nicht so nice. Wir geben weiter Sprit aus. Ja, ja, ja. Genau, genau, Juna. Halschere Richtung. Ist das Loot, was hier rumliegt? Das ist Loot? Was liegen lassen? Ja. Ja, gerne, Juna, gerne. Ich glaub, am Sonntag hab ich auch nichts vor. Oh ja, nehmen wir mit. Wieso haben die ganzen Zombies hier was verloren? Kompass? Nur, ich hab nen Kompass, okay. Nee, mehr liegt hier nicht. Ist viel passiert. Ich hab, glaub ich, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Klug darf man nicht liegen lassen. Nein! Deswegen hab ich ihn eingesammelt. Guck mal, jetzt verschwinden die Platzhalter. Sehr gut, Juna, sehr gut. So, machen wir jetzt nochmal die Stand... Äh, die Standfahrt. Ja, die Stadtfahrt. Ich würd ja gerne mich noch ein bisschen umgucken. Okay, ich hab wieder Wassermangel. Was ist das hier für ein riesiger Parkplatz? Ich sollte einfach mal die anderen Waffen auch durchgucken, ne? Welche Munitionsarten ich schon habe. Ich sammle immer nur und guck nicht. Cashew-Kerne, guck mal. Sind die offen, die Fenster? Ja, sind sie. Okay, ist irgendwo was drin? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schlagt doch das Fenster ein, wenn ich da drauf kloppe. Oh, ich sterbe. Aua. Lasst mich in Ruhe. Oh, gut, dass ich da Muni für hab. Nein, Runner. Ach du Kacke, jetzt haben sie mich. Ich komm hier nicht mehr weg. Hallo? Mann. Ich wusste schon, warum ich nicht in den Häuserfalt reingehe, ne? Ja, aber komm, wir sind... Wir sind weit gekommen. Ecken sind schwierig, auf jeden Fall. Breno, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut und erhol dich gut, ne? Komm mal gut in den Dienstag. Aber guck mal, das Equipment behalten wir. Oh, mir ist kalt. Ach du Scheiße, hier haben wir angefangen. Das ist die allererste Hütte. Wir gehen mal hier rein. Oh, wir haben wieder einen kleinen Rucksack. Oh. Wir machen jetzt erstmal den Rucksack. Oh. Oh. Uns ist kalt. Aber ein Feuerchen, ne? Krass. Es ist weiß draußen. Können wir mal ein bisschen aufwärmen. Musik. 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 Oh, da fährt ja alles drin. Ich glaube, wir können uns hier nicht weiter aufhalten draußen. Ey, wo springst du denn hin? So. Passend hingelegt. Alles gut, Juna. Ich mache jetzt auch gleich nicht mehr, also nicht mehr allzu lange. Schlaf auf jeden Fall gut, erhol dich, ne? Komm morgen gut aus der Falle. Lass dich nicht ärgern. Klappen recheln. Vor allem wie auch noch die Waffe hält, ne? Immer bereit für den Kampf. Wo ist hier so ein Huhn? Steht im Backofen. Komm, wir gucken mal nach. Ah! Oben links! Das ist Essen. Ah, es rennt aber weg. Scheiße. Ich werde gleich unterkühlt nicht mehr nach Hause kommen. Ne, komm. Boah, ist das Ding laut. Nehmen wir schon mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist. Ja, Leute. Ah, Mann. Ich bin mir von morgen eingetragen. Im Plan. Kurzzeitgedächtig ist es nicht.